In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie kannst du digitales Marketing 2023 für dich in einem Unternehmen nutzen? Worauf musst du achten? Was für Vorteile hast du? Let's go! Erstmal herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex und ich möchte jetzt heute mal über das Thema digitaler Marketing in 2023 sprechen. Ja, was hat sich geändert von 2022 zu 2023? Eine große Sache. Es gibt jetzt das Thema Künstliche Intelligenz auf einer deutlich breiteren Anwendungsbasis nochmal. Bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich auch automatisch Texte etc. erstellen zu lassen und wirklich zu schauen, okay, wie kann man dadurch noch mehr die Performance erhöhen? So ein ganz einfacher Gedanke, den man jetzt natürlich hat. Gut, wenn der Text automatisch erstellt wird, dann ist es überhaupt kein Aufwand mehr. Dann hat die Agentur ja keinen Aufwand mehr dahinter. Ganz so einfach ist es nicht. Wir haben aber die Möglichkeit, in der gleichen Zeit natürlich mit automatisierten Texten deutlich mehr zu machen. Nichtsdestotrotz sind diese Texte noch nicht perfekt. Und womit wir uns gerade sehr viel beschäftigen, ist, wie kann ich es schaffen, diese Intelligenz, die diese Tools quasi haben, diese Tools mitbringen, zu nutzen. Dass wir quasi uns Optimierungsschritte nicht nur sparen, das würde ich gar nicht mal sagen, wir machen die Schritte immer noch, aber diese Schritte auf einer tieferen Ebene machen können. Wo man davor vielleicht nicht jede Woche sich jedes Bild in ihren Text angucken konnte, kann man heute da oder hat Möglichkeiten, da eine Intelligenz drüber laufen zu lassen, die das wirklich teils auf Tagesbasis machen kann. Das bedeutet, ich habe ein viel granulareres Feedback. Ich kann viel genauer in die Werbung reingehen. Jetzt denkst du erst mal, ja, das sind für mich böhmische Dörfer und ja, das kann ich auch verstehen, aber stell es dir vielleicht so vor. Du hast Texte und Bilder, die funktionieren besser als andere Texte und Bilder. Und wenn ich mir jeden Monat alle Texte und Bilder anschaue, kann ich natürlich herausfinden, was sind die effektivsten. Wenn ich das aber jeden Tag mache, vielleicht sogar jede Stunde, vielleicht sogar mit jeder Einblendung machen kann, mir anzugucken, was die effektiven Texte sind, kann ich viel schneller meine Werbung optimieren, als wenn ich da erst mal Monate oder zwei Monate warte. Wie es in den aktuellen Zyklen relativ normal ist, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mir, ich sag mal, im Schnitt hatten wir uns eine Kampagne, über 100 Werbeanzeigen verschiedene, die alle anzuschauen jeden Tag. Das geht nicht, das geht zeitlich einfach gar nicht. Da müssten wir sonst was berechnen im Monat. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, das viel häufiger zu machen, einer viel größeren Anzahl zu machen und dann manuell nochmal den Filter drauf laufen zu lassen. Das heißt, der Mensch kontrolliert es danach nochmal. Leute, was wir jetzt merken, ist gerade auf Basis der Datenanalyse sind das Riesendinge, Riesensachen, die man dann bewegen kann, die man machen kann, wo man automatisch auch einfache Texte erstellen kann, was wiederum dafür sorgt. Natürlich muss man die nochmal überarbeiten, anpassen und so, keine Frage, aber man kann viele Ideen dadurch kreieren, die man sonst vielleicht nicht hätte und kann so mit einem Setup deutlich mehr Enkels, wir sagen mal Enkels, Möglichkeiten quasi abdecken, als wenn man das abdecken konnte. Das ist alles etwas technischer, aber es ist auch ein technisches Thema, nur das wird im Marketing 2023 einen Rieseneffekt haben. Wer diese Technologie nutzen kann, hat einen Riesenvorteil, weil er deutlich schneller und effektiver arbeiten und optimieren kann. Das spart zwar keine Zeit, sorgt aber dafür, dass das Ergebnis viel besser gehebelt ist, weil ich einfach mehr mit meiner Zeit anfangen kann. Und wer das halt nicht tut, ja, der hat irgendwann ein ziemlich großes Problem, weil das, was bei anderen auf Sekundenbasis optimiert wird, wird bei denen auf Monatsbasis optimiert. Und das ist klar, da kann er nicht mithalten. Wenn dich das ganze Thema interessiert, das ist jetzt nochmal ein kleiner Einstieg in das Thema, wenn dich das ganze interessiert, gerne einen Kommentar darunter machen, was du da noch zu wissen möchtest. Wenn du sagst, okay, das Ganze ist spannend, aber du wirst gerne andere Sachen sehen, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, weil dann siehst du noch weitere Inhalte. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, dein Alex, bis dann, ciao.